Willkommen zu einer neuen Folge Raid am Mittwoch, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Pokémon GO oder andersrum. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Heute Abend ist die erste und einzige Sack-Yan-Raid-Stunde, ja? Seichen, Sack-Yan, Sack-Yan, Se... Wie sprecht ihr das aus? Schreibt es mir in die Kommentare. Denn morgen am Donnerstag wird Sack-Yan ja schon abgelöst von Zama-Zenta. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass man das aussprechen kann, wenn es jetzt richtig war. Morgen 10 Uhr die Eier, 11 Uhr können die schlüpfen. Morgen also Community-Raid mit Zama-Zenta. Samstag dann Raids für Zuschauer mit Zama-Zenta. Heute die Raid-Stunde mit Sack-Yan. Und ich war mir die ganze Zeit nicht einig, soll ich Speed-Rains machen, Lobby für Lobby für Lobby und euch annehmen, ohne zu fangen? Oder soll ich fangen für die XL? Jetzt habe ich eine Entscheidung und warum, das seht ihr am Ende. Jetzt haben wir aber erstmal die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Und am Ende gibt es natürlich auch wieder den Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Bobserob. Der hat sich noch ein hundertprozentiges Scaraborn gegönnt. Ihr seht, ich habe ja dann ab Mittwoch dann wieder die neuen Sachen aufgenommen. Ist also von letzter Woche bis diese Woche Mittwoch brandaktuell. Habt ihr auch ein hunderter Scaraborn bekommen? Freut ihr euch schon wieder auf die Mega-Entwicklung? Wenn das in die Raids kommt, könnt ihr ja dann trotzdem nochmal Scaraborn-Rates machen. Und aus dem Mega-Rate, Mega-Energie, Shiny und ein hunderter bekommen. Das heißt, wer jetzt nichts bekommen hat, muss nicht traurig sein. Es rennt nichts weg. Dann haben wir hier vom X-André 1008X aus Andernach, Rheinland-Pfalz. Ein hundertprozent Glücks-Shiny-Palk. Ja, also kein Hundo, kein Schundo, sondern ein Schlundo. Shiny-Lucky 100. Fand ich auf jeden Fall genial. Danke für das Bild auch. Habe ich gleich mit reingenommen. Ist aber nicht der Schocker der Woche, denn da kommt doch was ganz anderes. Genaya, danke für den Raid, hatte hier noch ein Shiny mitgenommen. Henry Nicky aus dem Eigrad bekommen. Hier ein hunderter Weilmar. Chevy, einfach mal flexen. Zeigt uns hier die ganze Nebulak, beziehungsweise Gengar-Familie. Auch mit Apollo-Gengar und Mega-Gengar. Sieht auf jeden Fall gut aus. Alles als hunderter Mega, auch hier auf 50. Die anderen hätte er auch alle auf 50 ziehen müssen. Dann könnte er sogar noch mehr flexen. Außerdem hat er hier noch ein hunderter Pikachu mitgenommen. Benjamin zeigt uns wieder mal seine Künste in einem Duo-Raid. Diesmal gegen Mega-Bi-Boer. Habt ihr auch schon mal ein Mega-Bi-Boer im Duo gemacht? Konnte man ja nie, weil das nie in Raids war. Und jetzt war es das allererste Mal in den Raids. Aber ich glaube, das hat keiner gemacht, außer der Benjamin. Und der Typ neben Benjamin. Dann haben wir hier Benjamin Hahn. Das habe ich mir einfach mal aus dem Fan-Chat rausgegriffen. Ich glaube, Palker hat Angst vor Wasser. Ich fand das Bild einfach total cool. Er selber steht hier im Prinzip auf einer kleinen Insel. Und das Palker steht am Rand und traut sich einfach nicht rüber zu kommen. Fand ich genial. Musste ich unbedingt mit reinnehmen. Oh, Ramses, pass auf die Frisur auf. Hast du gerade frisch gekämmt. Shiny Nummer 4, Punita Gala hier beim Henry Nicky. Dann bin ich mit Burkhard schon wieder Glücksfreund geworden. Wollt ihr eigentlich mit ihm auch so, dass wir Sackjagen tauschen? Oder vielleicht Riolu? Jetzt mittlerweile brauche ich eigentlich nur noch Riolu. Aber das kommt ja dann auch in die Mega-Raids als Mega-Lucario. Da kann man das ja auch raten als Hunderter. Also man weiß eigentlich gar nicht, was man tauschen soll. Benni, auch Glücksfreund geworden. Haben da auch direkt getauscht. Da gab es, glaube ich, einen Riolu. Okay. Dann Tobi hier mit einem Shiny-Porender. Wohl aus der Quest. Dann haben wir bei Bockwurst-King. Pokémon-Karte von Karin Ritter. Raucherlunge und raus mit die Viecher. 30. Alle Viecher verlassen das Spielfeld. Karin zieht dann eine Zigarette und fügt sich selber 10 Schaden zu. Das ist auf jeden Fall sehr effektiv. Und hier Timon. Hässlichkeit und Kack-Kanone. Okay, das machen wir aber mal weg. Da war mir die Karin Ritter auf jeden Fall lieber. Dann haben wir Jojo hier mit einem Hunderter-Krypto-Snubbel und einer Taube dabei. Boba Mo hat jetzt seine 2000 Rübel vollgemacht. Endlich auch auf Platin. Hat lange gedauert, aber hat sich gelohnt. Warum hat es sich gelohnt? Ich weiß es nicht. Vielleicht sagt er es uns, weil es jetzt Platin ist. Aber und dann? Kannst du dir jetzt davon was kaufen, ja? Hannes hat ja ein Hunderter-Seon erlöst. Ein Hunderter-Legios gefangen. Was total cool aussieht, ja? Sagt ihr zumindest. Dann hat er hier noch ein Scheinige-Kognito-U mitgenommen. Ist ja immer noch in den Raids. Ist auch weiterhin in den Raids. Selbst wenn die Raids jetzt wieder wechseln und die anderen Galas reinkommen, ist das immer noch drin. Also gönnt euch Scheinige-Kognito-U. Dann Lennart, hier wieder mal ein Glurak mitgenommen. Der schickt mir eigentlich immer Wildfänge von großen perversen Sachen wie Bisa-Flor. Hat er auch eingeschickt. Hat wenigstens massig WP. Boba Mo zeigt uns Ramses. Ist das was für Hunger des Mittwochs, ne? Fand ich lustig, die Idee. Nicht der Schocker der Woche, nicht Raid am Mittwoch, sondern Hunger des Monats müsste es eigentlich sein. Denn da, das reicht für den ganzen, äh, ja. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ist irgendwas vom Kroaten, glaube ich. Und ich habe keine Ahnung, was das ist. Achso, ein Zigeunerspieß. Darf man ja nicht mehr sagen. Aber die nennen das so. Dort gibt es noch echte Zigeuner. Die zu Spießen verarbeitet werden. Burka hat hier 100er Raffel. Juhlchen hier mit nem Shiny Lucky Togepi. Geh mal weg, damit ihr wisst, wie ich zu Shiny Lucky stehe. Gebrütet, gleich glücksgetauscht. Kommt nicht an das von dir ran. Tja, seitdem Kryptos Nibel wieder da ist. Nur Sierra gemacht. Endlich ist mein geflohenes Krypto wieder da. Wie kann denn ein Krypto-Shiny fliehen? Wem ist das auch schon passiert? Da festet ihr dann den Kopf, wenn er noch da ist. Und dann hier, das wäre eigentlich ein Kandidat für Schocker der Woche, weil das irgendwie total toll ist. Wie viele haben heute sowas? Grüße gehen raus an. The Amazing Shot. Ein 100% Glücksbaumpel, aber als Shiny mit Partyhut, was man ja nicht entwickeln kann. Und das braucht man unbedingt als 100%iges. Und durchs Tauschen, also irgendwie hat das ja schon was. Dann der Tour-Sekt. Moin Ramses, einmal was für Reder-Mittwoch. Liebe Grüße, dein Natur-Sekt. Haben wir hier auch 100% Legios Selal. Hat uns wieder 50 Bilder geschickt. Ich habe mal das Interessanteste rausgesucht. Neben Pokémon Schwert und Pokémon Shield gibt es dann noch Pokémon Gun. Ja, mit einer Waffe. Sieht doch genial aus. Dann, Wulnona hier und Akani wollen auch legendär sein. Deswegen ein Schwert und ein Schild. Guckt uns an. Ihr wollt auch, also finde ich genial, weil es Gen 1 ist. Gefällt mir sogar besser als die Designs von Sakyan und Samazender. Wie faul bist du? Ich. Das fand ich auch richtig genial. Hat nichts mit Pokémon zu tun, aber mit Faulheit. Man packt noch nicht mal den Türstopper aus. Man legt den einfach mit der Verpackung hin. Fand ich auch krass. Das wieder mit Pokémon. Guckt euch an. Er steht da. Okay, drei Fremde. Mhm. Drei andere Fremde. Wieder drei andere. Ich habe erst mal zehn Minuten gedauert, bis ich gecheckt habe, um was es da geht. Und dann am Ende, oh mein Gott, Team Rockets. Und redet total durch, weil du erkennst die halt nicht. Die sind immer so gut getan. Egal, wie oft die sich verkleidet haben, wie oft die was anderes anhatten. Es war halt der Mann, es war die Frau, es war die Katz. Hast du nicht erkannt. Aber wenn sie mal ihre Team Rocket Sachen anhaben, dann weißt du genau, oh mein Gott, Team Rocket. Egal, was da alles steht. Vor allem zwischendurch haben die auch einfach gar nichts an und sind total dämlich, dieses Bild eigentlich. Aber erst am Ende, dann, oh, das ist Team Rocket. Oh mein Gott, das ist halt, es ist halt eine Kinderserie. Hier du siehst aus, als könntest du es gebrauchen. Finde ich gut hier. Sehr schön gemacht, danke. Ist das Bill Murray? Wie heißt er? Ich weiß es nicht. Und täglich grüßt das Wurmeltier. Naja, ihr wisst ja mehr genau. Hier seht ihr, wie ein Wolldilament entsteht. Das hatten wir aber, glaube ich, auch schon mal irgendwo in irgendeiner Sendung drin. Selal noch mit dem Shiny Visor. Shiny Wollbeat. Wie ich mich jeden Tag entscheiden muss, ob ich lieber fit oder glücklich bin. Vielleicht lieber glücklich. Seid ihr lieber fit oder glücklich? Wenn ich die Katze wäre, ich wüsste, was ich bin. Für die Mama? Nein. Für den Papa? Nein. Für Chuck Norris. Und dann wird die ganze Hand, der ganze Arm einfach... Er schickt mir oft Chuck Norris Bilder. Der Selal. Das musste ich mit reinnehmen, weil da war Chuck Norris selber nicht mit drauf. Dann hat er auch hier ein Shiny Porender bekommen. Und ein Glurak. Diesmal auch mit krassen WP. Kann man ja mal mitnehmen. Papunga darf natürlich auch nicht fehlen. Das Maskottchen von der Tunga Gang. Schluck weg. Habt ihr schon mal ein wildes Schluck weg gefangen? Schreibt es mir rein. Schenaya hier noch mit einem Shiny Knofenzer. 100% Gala Smog Mog. Aus den Rates für Zuschauern. Danke für den Stream. Schenaya mit einem Shiny unserer Tütox. Muss man ja natürlich eine... Warum nimmst du da keine goldene Beere? Und dann flieht es wieder. Und dann wieder sagen, es ist geflohen. Wenn es geflohen ist. Goldene Beere. Gelber Ball. Perfekt. Alles muss mit. Läuft. Dennis Weigl hier auch. Hunderter Zickzacks mitgenommen. Shiny Porrender mitgenommen. Und ein zweites Shiny Porrender hinterher. 932, 688. Ich glaube, das hat Wetterboosters nicht. Familie auf jeden Fall voll. Dann hat er noch ein Nuller Krypto Schneebedeck bekommen. Und ihr wisst immer noch. Selbst ein Nuller Krypto ist wohl besser als ein 100%iges normales. Deshalb gleich auf Level 50 ziehen. Und dann nicht die Megaentwicklung machen. Weil das ja nicht geht bei Kryptos. Genau. Nimmt man mal mit. Dennis Weigl auch hier. Shiny Onyx. Jewel. Aus Kerkira. Griechenland. Die sind nämlich gerade unterwegs. Mit der Aida. Griechenland. Fahren nach rüber. Nach Italien. Kreuzen kurz an Spanien dran. Und fahren dann wieder Griechenland. Und wer ist auch auf der Aida. Der ist wo. Und deswegen kann er auch momentan keine Geschenke machen. Sagt er. Während die Jewel sogar Shinies fängt. Unterwegs. Auf der Aida. In Griechenland. Weil die mit der Aida direkt auf das Land drauf fahren. Durch die Restaurants durch. Beim Vorbeifahren muss man sich schnell einen Schnitzel an der Theke greifen. Und hier dann der Beweis in der Nähe von Lecce Puglia Italien. Wer jetzt sagt Spoofer. Der kennt nicht die Fotos wie sie in der Hängematte liegt. Kannst du auch bei Facebook angucken. Auf jeden Fall hier auch Shiny mitgenommen. Weiter geht's hier. Griffel. Auch noch aus wieder Griechenland. In der Nähe von Griechenland. Da ging. Da gab es keine Stadt mehr. Da war es einfach nur noch das Land an sich. Sarina. Zumindest gehe ich aus diesem komischen Event nicht leer aus. Falls es nicht mit Smog Mog und Porrenda klappen sollte. Hat sie hier. Ich auch noch nicht erlebt. Ein wildes Shiny Tour Talk gefangen. Habt ihr schon mal eine Start-Endentwicklung als Shiny direkt in der Wildnis gefangen? Schreibt es mal rein. Shiny Relaxo auch noch mitgenommen. 100% Krypto Macholo. Magnifique würde ich direkt auf Level 50 pushen. Und ein Krypto Shiny ist eine Wurzel. Gönnt man sich Ivanovic Dominik. Das müsste der Drachex sein. Wenn man Radarteile sammelt und erst später bewertet. Ist doch gut, dass du es gemerkt hast. Stell dir mal vor, dass du es verschickt hast. Aber 100er Pfeifchen ist doch sehr cool. Pfiffchen. Außerdem danke an Thomas von Raids für Zuschauer. Hier zwei Hunderter Porrenda mitgenommen. Kannst du eins hier zu Lauchzelot machen. Chevy auch. Hunderter Krypto Gramurks. Also das ist das Neue, was gesammelt wird. Fettes Eichhörnchen. Chevy mit einem Schlaraffel. Muss ich noch entwickeln. Brauche immer männlich, weiblich und das Lucky für den Pogodex. Bin ja da ein bisschen speziell. Selal. Hier 100er Bisa Sam. Jay. 100er Schalellos. Jay. 100er Palimpalim. Jay. 100er Glücksraffel. Beim Tauschen erhalten. Charlie Evans. Vielleicht für Raider Mittwoch. 100er Läufeio. Und noch ein Wetterboost. Chidi Palkia mitgenommen. Alex Hoffi mit seinem 100er Sackjahren im ersten Raid. Schocker der Woche. Guckt euch das an. Wie viele Raids habt ihr davon gemacht? Schreibt es mal rein. Biala auch 100er Forenda mitgenommen. Glaube ich auch aus der Forschung. Ruheljahn Eisenstein hat es geschafft mit einem Bild in Raid am Mittwoch anzukommen. Und zwar ja das ist ein Walross mit Pesto. Ist ja beliebt in jedem Stream. War was mit Pesto. Ich weiß immer noch nicht, ob in seinem Kopf auch nur Pesto rumhängt. Oder da noch was anderes ist. Außer Pesto. Ich find's genial. Guckt euch das an. Eins auf den Kopf. Eins in den Zahn. Und eins daneben. Plus noch extra Löffel. Grüße gehen raus. Und ja. Gregor zeigt uns hier ein Schicki. Was Rucksack spielt beim Stolunior. Während sein. Ich weiß nicht was sie da machen. Wir machen das am besten einfach weg. Heiko. Hier. Duisburg. Ja. Nicht Duisburg. Duisburg. Hat ein 100er Togepi. Wohlgebrütet. 100er Raffel. Äh. Hm. Gefangen. 100er Gala Smogmog. Back to back. Mit einem Shiny Smogmog. Habt ihr auch ein Gala Shiny Smogmog bekommen? Schreibt's mal rein. Pascal Baum hat ja ein schönes Selfie von sich geschickt. Wie er endlich seine auf die dicken 3 Bierdose bekommen hat. Ich wusste schon immer, dass er ein Hund ist. Guckt euch das an. Er guckt auch ganz gierig. Wie er jetzt wartet, dass er endlich die Dose aufmachen kann. Grüße geht raus auf jeden Fall. Selal. Mit dem erlösten 100er Miroklar. Selal. Mit dem getauschten 100er Krabbi. Elke. Hunderter Schlarappel. Hunderter Legios. Shiny. Alola. Dicta. Das sind immer komplizierter. Ein Beanie. Das setzt man sich doch eigentlich auf den Kopf. Wird aber anders geschrieben. Deswegen ist es hier nur ein Schwalbini. Shiny auch bei der Elke noch dabei. Und dann, was ich sonst eigentlich nicht mache. Normal, wem das aufgefallen ist. Ich packe eigentlich sonst nie Bilder von mir hier rein. Ich überlasse euch den Vortritt. Ich zeige euch. Denn was ich mache, das seht ihr ja in meinen Videos oder in den Streams. Eben ganz frisch habe ich vor der Sendung noch ein Raid gemacht. Vor Ort am Dino. Und da haben sie es mir hingestellt. Das 100%ige Sackjagd. Ihr seht, das hat sich ein bisschen geziert. Hat mich mit seiner Bockwurstkette angegriffen. Dann habe ich es gefangen. In Röhmild, 25.8. Brand aktuell. Und es war mein 16er Raid. Deswegen habe ich es gesagt. Hat sich für mich jetzt auch schon erledigt, was ich heute Abend mache. Entweder wollte ich ja Speed Raids machen. Also immer annehmen, kämpfen. Wenn es kein 100er ist, fliehen. Den nächsten annehmen, damit wir mehr Raids machen können. Jetzt wo das 100er da ist, würde ich aber doch vielleicht heute Abend in Ruhe fangen. Und dann erst auch den nächsten Raid. Das wäre sonst komplett Verschwendung für die XL. Wenn du die alle stehen lässt. Aber dass du irgendwann auch noch 50 ziehen willst. Auf 40 könnte ich es jetzt direkt schon machen. Ich habe über 1000 Bonbons noch rumliegen. Sonderbonbons. Also heute Abend werden wohl weniger Raids getätigt. Dafür habt ihr ja trotzdem aber eine Stunde die Möglichkeit mitzumachen. Wenn ihr sagt, Ramses, du kannst ruhig öfters mal Bilder von dir oder deinen Fang auch bei Raider Mittwoch mit reinpacken. Da gucken das mehr Leute und sehen mehr Leute. Weil in den 8 Stunden Stream, wo dann am Ende ein Hunderter gefangen wird, sieht gar keiner. Schreibt es mir rein. Eure Meinung dazu. Heute war eh wenig los. Nicht so viele Bilder. Deswegen habe ich mir die Freiheit hier rausgenommen, das da reinzupacken. Jetzt aber noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, guckt euch an wie blass ich bin. Das ist der Schocker der Woche. Der Schocker der Woche kommt diesmal von Crank. Wie beim Film mit Jason Statham. Lasst es einfach mal auf euch wirken. Ihr seht hier, spiele das aktuell. Einfach nebenbei hat er, oh jetzt habe ich aber eine rote Nase. Einfach nebenbei hat er das so reingeschickt, was er gerade in der Meisterliga spielt. Ihr seht ein Kyogre. Ihr seht ein Groudon. Ihr seht ein Mewtwo. Aber das ist ein Shiny Kyogre. Ein Shiny Groudon. Ein Shiny Mewtwo. Manche haben noch nicht mal die Pokémon. Manche haben nicht mal die Shinies davon. Dann sind das auch noch 100%ige. Ein 100er Kyogre. Ein 100er Groudon. Ein 100er Mewtwo. Als Shiny. Auf Level 50. Und alle sind Lucky. Das heißt, wie viel mehr muss man haben, bei einem Lucky Trade ein 100er Glücks-Shiny Kyogre zu bekommen. Das gleiche bei Groudon und bei Mewtwo. Nur die alle als Glücks-Shinies in 100% zu haben. Und auf Level 50 zu pushen. Letztens war kurz Kyogre und Groudon da. Bei diesem Go-Fest-Takt 2. Ich wollte nur Groudon und nur Kyogre-Rates machen. Ich habe es nicht geschafft, genügend Bonbons zu sammeln. Um die alle auf 50 zu pushen. Was geht ab mit Crank? Beziehungsweise, okay, warte mal. Ich glaube, Kyogre und Groudon sind nicht ganz auf 50. Ich glaube, da fehlen noch ein, zwei Pushs, glaube ich. Habe ich da irgendwas in Erinnerung. Aber guckt euch das an. 4.500, 4.700, 4.500. Ist das nicht komplett geisteskrank? Die im Fan-Chat waren, kennen das Bild vielleicht schon. Der Rest kennt es vielleicht nicht. Deswegen, ich musste das unbedingt hier nochmal zeigen. Grüße gehen raus an Crank. Bitte weitermachen. Und das war es von meiner Seite aus. Wenn ihr heute Abend auch Raidmania-Punkte verdienen wollt und unterwegs seid und Sackjahren raidet, dann ladet mich gerne mal mit dazu ein. Wenn ihr in eure Truppe noch einen Platz frei habt oder so, guckt halt, dass ihr genügend Leute seid. Ladet bitte nicht ein, wenn ihr ganz alleine an der Arena stehen und wollt, dass ich euren Raid dann zeige. Irgendwann führt es dazu, dass ich euch einfach aus meiner Liste rausnehme. Wenn ihr immer wieder die Raidmania blockiert und da Stress macht, sprecht euch ab mit Leuten. Geht da organisiert vor. Wenn ihr eh mit 20 Leuten unterwegs seid, ladet ein. Aber macht nicht immer so Faxen. Dafür gibt es die Raid-Gruppe und wenn da keiner mehr raidet, dann es kommt wieder. Und dann kommt es auch als Shiny wieder. Und dann raiden das auch mehr Leute und haben auch mehr Leute Interesse dran. Und morgen dann Zama Zender. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Euer Ramses.